Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal BitcoinTrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Cardano US-Dollar und Cardano Bitcoin-Chart. Ich zeige euch ganz genau, wie ich meinen Trade manage und meine nächsten Preisziele und zusätzlich bespreche mir noch den Bitcoin US-Dollar und den Ethereum US-Dollar-Chart. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem Cardano US-Dollar 4-Stunden-Chart und ich muss sagen, der Trade, den wir hier in den letzten Tagen besprochen haben, ist sehr gut gelaufen. Ihr wisst ja, wir sind hier unten bei unter einem Dollar bei ca. 96 Cent in den Trade eingestiegen, haben hier unten bei ca. 1,22 Dollar unser erstes Preisziel erreicht. Hier habe ich gesagt, kann man erste Profite realisieren und wer auf Nummer sicher gehen will, zieht den Stop Loss auf Break-Even. Danach hatten wir hier eine kurze Seitwärtsphase, sind nochmal ausgebrochen und haben jetzt hier oben schon unser zweites Target erreicht. Hier sehen wir nochmal kurz die Videos. Ihr seht hier am 15. März, hier habe ich den Trade vorgestellt, wie ich hier genau vorgehe, dass ich hier an dem oberen Rand der grünen Box mit der ersten Position einsteigen werde. Ich hatte noch weitere Positionen hier unten und hier seht ihr nochmal das Video vom 17. März. Hier haben wir unsere erste Preiszone erreicht. Hier habe ich gesagt, kann man Profite nehmen, den Stop Loss auf Break-Even ziehen und ihr seht auch hier oben bei ca. 1,40 Dollar bis 1,50 Dollar. In dieser Zone habe ich gesagt, kann man nochmal Profite holen. Das war hier unser zweites Preisziel. Wenn wir jetzt zurückkehren auf den Chart, seht ihr auch, wir haben hier unten, haben hier oben ca. bei 1,45 Dollar unsere zweite Zielzone schon erreicht. Das heißt, wer möchte, kann hier oben jetzt nochmal Profite realisieren. Und ich habe ja auch in dem letzten Video vorgestellt, wie ich vorgehen möchte. Ihr wisst ja, ich bin hier unten leider nur mit einem Drittel meiner Position in den Trade reingekommen und ich habe gehofft, dass wir hier oben nochmal einen kleinen Retest sehen an dieser roten Linie, an dieser unteren roten Linie und ich würde dann hier nochmal meine Position etwas vergrößern. Dazu ist es leider nicht gekommen. Ich bin nur mit einem Drittel weiter in meiner Position in dem Markt und habe hier einen Fünferhebel ausgesucht. Das heißt, ich bin jetzt hier ca. in der Spitze 250% im Profit gewesen. Aktuell ca. 200% im Profit. Das seit innerhalb von drei Tagen. Also es war hier wirklich ein unglaublicher Trade. Und jetzt zeige ich euch meine nächsten Preisziele, denn ich rechne damit, dass Cardano noch eine weitere Aufwärtsbewegung sehen wird. Und das hat damit zu tun, wie ihr wisst, am 16. März hier oben haben wir die News erhalten, dass Cardano jetzt auf Coinbase Pro gelistet wird. Und hier unten sehen wir auch, dass das Trading beginnt am 16. Uhr, UTC, das ist ca. 17 Uhr bei uns in Deutschland und am 18. März. Das heißt, am 18. März wird hier Cardano auf Coinbase gelistet und ist dann bereit. Also dann kann man Cardano wirklich traden. Und wenn wir hier uns mal kurz eine weitere News anschauen, und zwar sehen wir hier die letzten Coins, die bei Coinbase Pro hinzugefügt wurden. Das war hier einmal Polygon, Scale und SushiSwap. Und hier möchte ich euch einen interessanten Chart zeigen. Und zwar befinden wir uns jetzt hier auf dem Matic Chart. Also das ist hier Polygon Matic. Und hier haben wir ein sehr interessantes Chartmuster. Ihr seht, wenn wir uns hier die News anschauen, dass diese Coins hier am 9. März gelistet wurden und dann am 11. März getradet wurden. Und wenn wir uns den Chart anschauen, seht ihr, am 9. März, das war also hier vom 8. auf den 9. März, hatten wir hier diese erste Aufwärtsbewegung, eine kurze Konsolidierung. Und dann hier genau am 11. März, als dieser Coin dann gelistet wurde, hatten wir hier schön die nächste Aufwärtsbewegung. Und insgesamt haben wir hier zuerst einen Anstieg, wenn wir das abmessen, von 50% gesehen. Das war nur rein durch die News, sogar von fast von 60%. Dann einen kleinen Retracement, hier eine kleine Erholung. Und als dann der Coin wirklich verfügbar war auf Coinbase und man ihn traden konnte, dann hatten wir einen neuen Anstieg hier von nochmal fast 100%. Das ist der Grund, warum ich denke, dass hier Cardano an dem Tag, also morgen Abend, wenn Cardano gelistet wird und dann auf Coinbase wirklich verfügbar ist, dass wir hier nochmal diese Aufwärtsbewegung hier noch vor uns steht. Ich denke zwar nicht unbedingt, dass es 100% sein werden, man muss überlegen, Cardano hat ein deutlich höheres Market Cap, aber ich denke schon, dass wir hier nochmal eine ordentliche Aufwärtsbewegung in Cardano noch sehen werden. Und wenn wir dann jetzt zurück auf den Cardano-Chart wechseln, seht ihr auch, wenn wir hier auf den 1-Stunden-Chart wechseln, wir haben hier ganz genau an dem oberen Rand unserer roten Box eine erste Gegenbewegung. Und das sieht jetzt schon sehr, sehr ähnlich aus, wie wir das auch hier bei Matic gesehen haben. Ihr seht auch, wir hatten hier zuerst eine kleine Gegenbewegung, das waren hier circa, wenn wir es mal abmessen, circa 16% sogar und daraufhin hatten wir dann hier nochmal einen knapp 100% Anstieg. Und wenn wir das dann hier sehen, könnte ich mir so auch vorstellen, dass wir jetzt hier nochmal runterkommen etwas, seitwärts laufen, wenn dann wirklich Cardano auf Coinbase gelistet wird, rechne ich hier mit einer nächsten starken Aufwärtsbewegung. Und wie genau werden wir jetzt diesen Trade durchführen? Dazu wechseln wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart. Und ihr wisst ja, hier unten war unser Entry und ich habe geraten, hier oben circa ein Drittel bis die Hälfte der Profite zu realisieren und hier oben nochmal der Profite, ein Drittel bis die Hälfte, die da noch da ist, nochmal zu realisieren. Das heißt also, wir sind mit unserem Trade schon sehr stark im Profit. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr am besten die Profite holt, das ist ganz einfach. Wir traden ja Cardano auf BitMEX und auf BitMEX haben wir die Möglichkeit, Take Profit Limit Order in den Markt zu geben. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, schaut euch hier nochmal ganz kurz mein BitMEX Tutorial an, was ich immer mache für euch extra. Ihr könnt hier runtergehen in die Themen unter sich, dann seht ihr den Unterpunkt Stop Loss und Take Profit erklärt. Dann geht ihr einfach zu diesem Abschnitt, das ist Minute 15, 55 und da seht ihr ganz genau, wie ich hier erkläre, wie man eben den Take Profit als Limit Order in den Markt gibt. Und dann könnt ihr eben automatisiert, sobald der Preis hier, unser zweites Target, was wir in dem letzten Video besprochen haben, erreicht, könnt ihr hier schon den Take Profit gleich dann bei ca. 1,45 reinlegen, dann wird das automatisch ausgelöst. Das heißt, dann müsst ihr nicht den ganzen Tag von den Charts verbringen und spart einen Haufen Zeit. Und vor allem, wenn wir hier nur ganz kurz nach oben kommen, wird dann der Trade sofort ausgelöst. Das heißt, dann sind eure Profite sicher. Okay, wer so hier den Trade so durchgeführt haben, wie wir das besprochen haben, der ist jetzt massiv, massiv im Profit. Das heißt also, Teil Profite hier realisieren, Teil Profite hier realisieren und hier unten sein Entry, den Stop Loss auf Break Even ziehen. Das heißt also, selbst wenn wir dann hier nochmal eine stärkere Korrektur sehen, ist das absolut kein Problem, denn unsere Profite sind schon sicher und egal was passiert, wir werden mit Profit aus dem Trade rausgehen. Und dann rechne ich eben mit der nächsten Aufwärtsbewegung und wo die hingehen wird, da können wir hier einmal die Fibonacci Extension benutzen und da sehen wir hier unseren nächsten Preissziel. Ein nächstes Kurzfristiges Preissziel wäre dann auf den 4 Stunden Schatt hier ca. 1,75 Dollar und das nächst größere Preissziel, wo ich mir so den maximalen Anstieg vorstellen würde, das wäre hier ca. die Zone von 91 bis 2 Dollar. Wichtig ist aber, ich würde hier bei diesen einzelnen Extensionslevel, also bei dem 1,2er Level bei ca. 1,60 Dollar, bei dem 1,4er Level bei ca. 1,70 Dollar und dem 1,6er Level bei ca. 1,80 Dollar auch jeweils schon Teilprofite realisieren, wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen möchte. Ihr wisst, das Wichtigste ist, wenn unser Trade massiv im Profit ist, möchten wir unsere Profite sichern und deswegen ist es absolut ratsam, gerade für Anfänger, Teilprofite in regelmäßigen Abständen zu realisieren. Wenn wir uns das mal abmessen, heißt das also, wir könnten jetzt hier nach diesem kleinen Retracement hier noch einen Anstieg von ca. 24 bis in der Spitze knapp 50% sehen, sollte sich hier die Historie wiederholen. Wir müssen bedenken, Cardano hat ein höheres Market Cap und deswegen denke ich, dass wir hier nicht dieselben prozentualen Anstiege sehen werden, aber dennoch nicht desto trotz denke ich, dass der Cardano noch ordentlich Potenzial hat, in Richtung der 2 Dollar zu laufen. Also das ist, wie ich vorgehe, Stop Loss, Break Even, Teilprofite realisieren bei dem Fibonacci Extensions Level und dann das richtig große Preis hier ist knapp 2 Dollar, aber nimmt wirklich die Teilprofite bei 1,60, 1,70, 1,80 schon raus und sichert eure Profite. Also das ist hier, wie ich vorgehen werde, bei Cardano. Der Trade war wirklich sehr, sehr profitabel und ich habe mich auch gefreut, gestern in den Kommentaren habe ich gelesen, dass hier jemand hier unten noch unter einem Dollar mit 10.000 Dollar eingestiegen ist und hier hat er jetzt wirklich schon massive Profite gemacht und das hat mich wirklich gefreut, als ich gestern diesen Kommentar gelesen habe. Das ist auch genau der Grund, warum ich hier jeden Tag die Videos hochlade, denn das schafft den meisten Mehrwert und ich freue mich wirklich, wenn wir hier als Community große Profite realisieren können. Das war es aber zu dem Cardano US-Dollar-Chart und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz den Cardano-Bitcoin-Chart an, denn auch hier ist unser Trade sehr gut gelaufen. Ihr wisst, wir haben hier unten die Golden Zone besprochen und hier sind auch noch meine Original-Einzeichnungen und auch hier ist unser Trade schon circa in der Spitze über 40% im Profit gewesen und hier hat sich eigentlich an der Strategie zu meinem letzten Video nichts geändert, also zu meinem Video, was ich hier am 17. März hochgeladen habe, das könnt ihr euch eigentlich nochmal anschauen, aber ich sage es euch nochmal kurz, ich werde hier weiterhin einfach jeweils in dieser roten Box ein Drittel meiner Profite realisieren, indem ich meine Cardano nochmal zurücktausche im Bitcoin. Ihr wisst ja, wir sind hier unten, haben wir Bitcoin gegen Cardano getauscht und jetzt haben wir hier schon unsere Bitcoin um 40% vermehrt und von diesen 40% Profit werde ich dann hier ein Drittel realisieren. Wenn wir hier oben einsteigen, werde ich nochmal von dem Profit ein Drittel realisieren und hier oben dann nochmal mit allem, was dann noch übrig ist, zurück in Bitcoin. Ihr wisst, ich möchte keine Cardano akkumulieren, ich möchte die Altcoins benutzen, um meine Bitcoin zu maximieren und das ist eben auch der Grund, warum ich auf BitMEX trade. Auf BitMEX können wir mit Bitcoin alle Altcoins traden, das heißt, wir müssen die Altcoins nicht selbst besitzen, es reicht, wenn wir Bitcoin haben, dann können wir mit Bitcoin in die Altcoins gehen und können dann von den massiven Bewegungen der Altcoins profitieren, indem wir unsere Bitcoin maximieren. und das ist auch der Grund, warum ich persönlich auf BitMEX trade, hier sind alle meiner Meinung nach relevanten Altcoins, wir haben Cardano, wir haben BNB, wir haben Ethereum, wir haben Chainlink und was auch cool ist, wir haben hier auch Yon Finance und ganz neu, Uniswap wurde auch hinzugefügt, also hier sind wirklich alle Altcoins, die meiner Meinung nach relevant sind, die großes Potenzial haben und das Gute ist, wir können sie mit Bitcoin traden, das heißt, wir müssen nicht all diese einzelnen Altcoins aufkaufen, das ist ganz wichtig. Also jetzt wisst ihr genau, wie ich hier einmal bei Cardano US-Dollar und Cardano Bitcoin vorgehen werde. Cardano US-Dollar, denke ich, hat noch gutes Aufwärtspotenzial, nachdem wir hier eine kleine Erholung gesehen haben und das bringt auch so am nächsten und abschließenden Punkt, ich werde hier aufgefragt, ich habe hier unten den Einstieg verpasst, soll ich jetzt noch einsteigen? Und da muss ich sagen, ich persönlich würde hier oben nicht mehr einsteigen, da meiner Meinung nach einfach das Risk-to-Reward-Level nicht mehr passt. Ihr wisst ja, ich versuche hier wirklich mit meinem allen Wissen, mit meinem besten Wissen die besten Trades vorzustellen und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, das Risk-to-Reward-Verhältnis. Und wenn wir schauen, hier unten hatten wir eine Downside von 15% und eine Upside von 55%. Das heißt, wir hatten ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 3 zu 1. Und deswegen war das auch hier optimal innerhalb der grünen Box einzusteigen. und wer jetzt hier oben einsteigt, hat einmal das Problem, wir steigen hier unter einer sehr starken Resistance ein, unter dieser roten Linie. Und dann müssen wir auch überlegen, wir müssen dann den Stop-Loss mindestens unter das letzte Tief ziehen. Das heißt, wir haben dann hier schon eine Downside wieder von 15% bis 16%, aber die Upside ist nicht mehr so hoch, wie als wir hier unten eingestiegen sind. Das heißt, das Risk-to-Reward-Verhältnis ist nicht mehr im richtigen Verhältnis. Wir haben dann hier bis zum nächsten Preis ca. 22% Upside und 15% Downside. Das heißt, es ist noch nicht mal ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 2 zu 1. Das heißt, mir persönlich wäre dieser Trade zu riskant und ich würde den Trade auch niemandem empfehlen in meinem Freundeskreis, wenn mich das jemand fragen würde. Ich kann aber sagen, wenn sich hier die Geschichte wiederholt und wir auch jetzt bei Cardano, wie damals bei Matic hier diese kleine Abwärtsphase sehen, bevor dann hier der Coin gelistet wird und es nochmal hoch geht, dann könnte man sehr, sehr spekulativ, ich zeige es auf den Stundenstart, hier einen Trade eingehen. Das heißt, wenn jetzt Cardano nochmal hier runterkommt, könnte man hier einsteigen, dann würde ich den Stop-Loss unter das letzte Tief ziehen und dann wäre das erste Preisziel 1,60, dann 1,70 Richtung 2 Dollar die Teilprofite rausholen. Mir persönlich ist hier das Risk-to-Reward-Verhältnis nicht im richtigen Verhältnis und ich würde auch niemandem empfehlen, diesen Trade einzugehen. Wenn jetzt jemand sehr risikoerfahren ist und sich vor allem auch über das Risiko bewusst ist, mit dem Risiko umgehen kann, könnte er diesen Trade durchführen, aber wie gesagt, ihr seid selbst verantwortlich für den Trade und mir persönlich wäre dieser Trade zu Risikoreich. Wer unbedingt rein will, das ist der Trade, den ich noch irgendwo sehe, den man eingehen kann, aber wie gesagt, er hat kein optimales Risk-to-Reward-Verhältnis mehr. Okay, das war alles dazu Cardano und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz den Bitcoin-US-Dollar und den Ethereum-US-Dollar-Chart an. Wir befinden uns auf dem Bitcoin-US-Dollar-4-Stunden-Chart und hier hat sich eigentlich seit meinem letzten Video vom 16. März nichts mehr geändert. Ihr wisst, wir hatten hier oben eine kleine Korrektur in der Spitze von ca. 13%. Wir haben hier oben unser letztes Preisziel von ca. 62.000 Dollar erreicht und sind dann nochmal hier zurück auf diese schwarze Linie. Die kennt ihr ja noch, die hatten wir hier schon in der Vergangenheit gezogen. Die war hier einmal Support, Resistance, hier dann nochmal AdWords Resistance, Support und jetzt hat sie ja nochmal als Support zweimal gedient. Ihr seht also, wir haben hier so ein kleines Double-Button-Pattern geformt und sind jetzt wieder über das EMA-Ripham angestiegen und auch über das vorherige All-Time-High über die grüne Box. Das heißt also, in der kurzen Frist sieht das hier wieder sehr gut aus, aber ich muss auch sagen, weil ich gefragt werde, wo würde ich jetzt bei Bitcoin einsteigen, hier oben bei Bitcoin ist es mir persönlich auch so riskant, jetzt wieder einzusteigen, wenn ich noch keine Position hätte, weil hier oben für mich auch das Risk-to-Reward-Verhältnis nicht stimmt. Ihr wisst ja, das haben wir hier auf dem Kanal besprochen. Wir haben hier das erste Mal nachgekauft für unsere Hotel-Position und auch unsere erste Long-Position eröffnet und wenn wir schauen, unser erstes Investment hier befindet sich knapp 30% im Gewinn und ihr wisst ja auch, unsere Long-Position haben wir dann nochmal vergrößert, als wir hier oben diese kritische Zone von 52.000 Dollar nochmal geretestet haben, das heißt hier oben war dann nochmal unser zweiter Entry und wir hatten somit einen durchschnittlichen Entry von 49.500 Dollar. Wenn wir schauen, dieser Trade befindet sich auch hier circa 20% noch im Profit, ich habe beim 5er Hebel also auch hier knapp 100% noch im Profit und wir haben ja auch schon Teilprofite einmal hier am alten Old-Time-High und beim neuen Old-Time-High realisiert und unseren Stop-Loss auf Break-Even gezogen, das heißt wir waren in dieser Korrektur mutig, wir haben hier nachgekauft, wir haben die Retails gekauft, sind dadurch in einer komfortablen Lage, dass wir einfach kein Risiko mehr im Markt haben und unsere Profite schon aus dem Trade rausholen konnten und den Rest, wie ich ja erklärt habe, lasse ich einfach weiterlaufen. Das heißt also, da wir eben hier diese Korrektur genutzt haben, um uns in eine komfortable Lage zu bringen, macht es jetzt aus unserer Sicht für all diejenigen, die diesen Trade genauso durchgeführt haben, wie ich ihn gezeigt habe, keinen Sinn, hier oben jetzt einzusteigen, da es einfach ein viel zu hohes Risiko ist, da wir hier unten ein viel besseres Risiko-Reward-Verhältnis haben. Für all diejenigen, die jetzt noch keine Position haben und hier einsteigen wollen und ich müsste jetzt eine Long-Entry geben, könnte ich sagen, wenn wir jetzt hier den Retest sehen, der erfolgreich war und wir dann hier eine nächste Aufwärtswerte sehen, kann man hier an der oberen grünen Box an dem Rand nochmal einsteigen und müsste dann auch den Stop-Loss zumindest unter das letzte Tief, ich würde sogar eher sagen, unter diesen Rig hier ziehen, das heißt also, da hätten wir hier auch eine Downside von knapp 8% und unser erstes Preis hier wäre nochmal die 62.000 Dollar, das heißt, wir hätten auch eine Upside von 8%, das heißt, hier wäre ein Risiko-Reward von 1 zu 1 und das ist mir zu schlecht, ich möchte mindestens immer ein Risiko-Reward von 2 zu 1, besser von 3 zu 1 und deswegen würde ich persönlich diesen Trade nicht ausführen. Für jemanden, der wie bei Cardano sehr risikoaffin ist, weiß, wie er mit dem Risiko umgeht und auch ein erfahrener Trader ist, könnte diesen Trade ausführen, das ist so der einzige Trade, den ich momentan noch sehe, aber auch wie gesagt, hier ist das ein Trade, den ich nicht wirklich ausführen möchte und das ist auch der Grund, warum ich in letzter Zeit so viele Cardanos-Videos gebracht habe, denn hier müssen wir das mal im Großen sehen, wir haben hier eigentlich jetzt seit längerem einfach nur eine langweilige Seitwärtsphase, hier ist nicht mehr viel passiert, deswegen haben wir unseren Trade hier unten eröffnet und wir müssen ja sagen, wir haben hier ja schon mit dem Fünferhebel, wer getradet hat, unsere 100% Profit gemacht und wer einfach nur nachgekauft hat, hat die auch in wenigen Tagen schon seine 30% Profit gemacht, das heißt, wir haben hier für den März schon schöne Profite gemacht und hier oben diese Seitwärtsphase ist einfach auch mal gesund, wir können nicht einfach nur pumpen, so eine Konsolidierung ist gesund und das war einfach eine langweilige Phase und wenn wir in so einer langweiligen Phase sind, dann bringe ich auch kein Bitcoin-Video mit irgendeinem Entry, weil ich möchte hier keine Videos erzwingen, jedes Video, was ich am Hoch lade, muss einen Mehrwert liefern und ich möchte wirklich immer nur nach bestem Wissen euch meine Entries zeigen, die ich selbst tradel, das heißt, wenn ich hier keinen neuen Trade ausführe, bringe ich auch kein Video, weil ich euch da wirklich zeigen möchte, was ich selbst mache und das ist eben der Grund, wenn Bitcoin und Ethereum langweilig wird, dann halten wir auch schon nach neuen Trades, die wir durchführen können und da ist mir eben am 15. März noch vor den Coinbase News eben hier Cardano aufgefallen und deswegen habe ich mit euch auch Cardano hier meine Idee geteilt und so viele Cardano-Videos hochgeladen in den letzten Tagen, weil hier einfach ein klasse Trading-Setup war, was ich mit euch teilen wollte. Das heißt also, wenn ich keine Videos zu Bitcoin bringe, heißt das nicht, dass ich nicht mehr Bullish für Bitcoin oder Ethereum bin oder meine Meinung über Ethereum gewechselt hat, das heißt einfach, dass ich kurzfristig kein neues Trading-Setup gefunden habe, was ein gutes Wix-to-Reward-Fanys hat und wenn ich dann eins bei Cardano finde, dann bringe ich ein Cardano-Video, denn ich habe ja auch gesagt, an sich habe ich nichts fundamental gegen Cardano, gegen das Projekt, nur ich bin noch überzeugter von Ethereum, aber zum Traden an sich ist Cardano extrem interessant und deswegen, wie gesagt, bringe ich hier keine erzwungenen Videos, jedes Video muss einen Mehrwert liefern und ich zeige euch ganz genau, was ich selbst mache und wenn wir uns hier auch mal noch Bitcoin auf dem Tagesschart anschauen, sehen wir auch, hier sieht mittel- bis langfristig Bitcoin immer noch sehr, sehr gut aus, wir haben hier oben schön den Retest auf das EMA Rippen gesehen und ihr seht auch, wir haben hier diese langen Wix nach unten, die wurden perfekt aufgekauft und wir haben es hier insgesamt geschafft, einfach ein höheres Tief zu formen, das seht ihr auch, wenn wir hier unten einmal mal eine Linie anziehen und die Tiefs miteinander verbinden, seht ihr, wir haben hier schön aufsteigende Linien, das heißt, wir haben hier schön eine Abfolge von höheren Tiefs und ihr wisst ja, die Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs ist per Definition ein Aufwärtstrend, also hier sieht wirklich auf dem Tagesschart alles noch bullisch aus und wenn wir kurz auf den Wochenchart wechseln, sehen wir auch hier die Wochenkerze hat einen schönen langen Weg nach unten und ihr seht, im Endeffekt war diese Korrektur nur der Retest des Alltime Highs, ihr seht, auf Schlussbasis ist hier bei 57.000 Dollar unser letztes Alltime High und ihr seht, wir sind ja einmal mit der Kerze nochmal kurz drunter auf 53.000 Dollar aber ihr seht, die Kerze wurde hier jetzt komplett aufgekauft, das heißt, wir sind hier mit dem Kerzenkörper über unserem letzten Alltime High und das hier war nur ein Retest und das ist extrem, extrem bullisch und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir hier in den nächsten Wochen eine massive Aufwärtsbewegung sehen werden Richtung 70.000 Dollar in den nächsten Wochen in der mittleren Frist, aber das ist jetzt kein Kurzfristtrade, also in der mittleren Frist rechtlich hier nächstes kurzes Preis hier werden ca. 68.000 bis 70.000 Dollar sein und jeder, der sich ein bisschen mit Kenntnis auskennt, weiß auch, hier, das habe ich mir schon mal erklärt, sieht sehr nach einer Dragonfly-Doji aus und ist auf jeden Fall sehr bullisch und wenn wir dann hier auch noch kurz auf den RSI schauen, auf den so rassischen RSI, seht ihr, wir sind jetzt hier ganz, ganz kurz vor einem bullischen Kurs und wenn wir jetzt schauen, das letzte Mal, wo wir einen bullischen Kurs haben, das habe ich euch schon gezeigt, das war hier bei ca. 10.000 Dollar und das hat uns hochgebracht bis auf ca. 43.000 Dollar, das war hier ein 325-prozentiger Anstieg und wenn wir dann auch noch mal den vorletzten bullischen Kurs uns anschauen, der war hier ca. bei 5.000 Dollar und der hat uns hochgebracht hier auf 11.000 Dollar, das war hier auch ca. 100% Anstieg, das heißt, hier das ist wirklich ein sehr bullisches Zeichen, aber wir müssen uns auch erinnern, auf dem Tagesstart haben wir noch die bärische Divergenz und das heißt also, kurz bis mittelfristig ist hier noch etwas vor sich geboten, und bis wir es geschafft haben, diese Abwärtslinie zu brechen, wovon ich ausgehe und auf dem Wochenstart auf jeden Fall auf längerer Frist sieht hier alles sehr gesund aus, wir haben den Retest des letzten Ultramar Highs und wir haben hier unten schön den bullischen größten Kurs des dochastischen RSI, das sind wirklich sehr sehr bullische Anzeichen und das ist auch der Grund, warum ich hier auf dem 4-Stunden-Chart diese Bewegung nur als eine Art Seitwärtsphase sehe, das ist für mich eine Art Konsolidierung und ich gehe davon aus, dass wir hier bullisch ausbrechen werden und dann Richtung neuen All-Time-Highs aufsteigen, das seht ihr auch, hier haben wir schon unsere nächste blaue Box bei ca. 64.000 Dollar, aber wie gesagt, den Trade, den ich eben gezeigt habe, ist sehr spekulativ, ist riskant, ich persönlich würde ihn nicht durchführen, wir sind eben in der komfortablen Lage, da wir diesen Rücksetzer gekauft haben, dass wir bei 49.500 unseren Stop-Loss auf Breakeven haben, wir haben kein Risiko, für alle anderen, die mit dem Risiko umgehen können, könnte man hier oben nach dem Retest einsteigen. Genauso ist es im Endeffekt auch bei dem Ethereum-US-Dollar-Chart, ihr seht, wir testen hier gerade das EMA-Rippen an, das heißt, man könnte jetzt, nachdem hier dieser Test bestätigt wurde und wir hier in der nächsten Aufwärtsbewegung sind, hier einsteigen, aber ihr müsst euch bewusst sein, ihr steigt hier dann wirklich unter einer sehr, sehr starken Resistance an, denn ihr seht, diese grüne Box war hier 1, 2, 3, 4, 5-mal Resistance und war auch hier 1, 2, 3, 4, 5-mal Resistance, aber wenn wir auch kurz auf den Ethereum-Tagesschart wechseln, da seht ihr, dass wir hier auf dem Ethereum-Tagesschart auch momentan nur das EMA-Rippen hier antesten und wir haben hier ein Tief, ein höheres Tief und hier oben haben wir nochmal ein höheres Tief geformt und wenn wir uns hier anschauen und das EMA-Rippen deaktivieren und die 1, 2, 1, 2, EMA aktivieren, seht ihr auch, wir sind hier über der 1, 2, 1, 2, EMA und haben hier entlang der 1, 2, 1, 2, EMA auch eine Seitwärtskonsolidierung und ich gehe davon aus, dass wir dann auch hier mit Bitcoin in den nächsten Tagen hoch ausbrechen werden wieder Richtung 1, 900 und 2,000 Dollar und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückkehren auf den 4-Stunden-Chart da wisst ihr ja auch wir haben hier die Korrektur gekauft unser erster Kauf der war hier circa bei 1,450 Dollar hier haben wir für unser Hotel-Portfolio nachgekauft unseren ersten Long-Trader eröffnet dann hatten wir dieses aufsteigende Dreieck haben hier oben den Retest gekauft hatten somit einen durchschnittlichen Entry von circa 1,550 Dollar und wenn wir hier mal abmessen sehen wir also für unser Hotel-Portfolio der Nachkauf war in der Spitze 35% im Profit ist aktuell noch circa 27% im Profit und unser Trade hier ist immer noch circa 18-20% im Profit mit einem 5er Hebel also hier auch knapp 100% das ist eben auch der Grund warum ich hier diesen Trade nicht aufgeben möchte der Stop Loss ist auf Break Even ich habe hier oben bei circa 1,800 Dollar Profite rausgeholt und hier oben seht ihr auch die Box ist noch rot 2,000 Dollar ist meine nächste Area wo ich Profite nehmen werde und deswegen halte ich auch diesen Trade noch wie gesagt wer bereit ist ein hohes Risiko einzugehen kann hier den Retest das EMA Ribbons kaufen aber wie gesagt das ist auch ein Trade der meiner Meinung nach kein gutes Risk to Reward Fairness hat deswegen möchte ich persönlich diesen nicht traden und das ist unter anderem eben auch der Grund warum wir so viel über Cardano gesprochen haben wie gesagt auf Bitcoin und Ethereum hatten wir eben schon unseren Trade wir haben auf beiden Trades 100% gemacht und diese Seitwärtsphase war einfach langweilig da gab es ein gutes Trading Setup deswegen haben wir eben Cardano getradet mit sehr sehr großem Erfolg mit circa 3 Tagen haben wir hier 50% gesehen mit einem 5er Hebel auch hier eben 250% wenn wir uns das mal anschauen im März haben wir jetzt wirklich schon massive Profite gemacht wir haben bei Bitcoin 100% gemacht mit einem 5er Hebel bei Ethereum auch und bei Cardano jetzt wirklich schon 250% und da muss man sagen ist der März schon wirklich super gelaufen und dann kann man solche kurzen Seitwärtsphasen hier einfach auch mal hinnehmen es kann nicht einfach immer nur alles pumpen wir sind extrem bullisch ich gehe davon aus dass 2021 weiterhin noch sehr bullisch sein wird ich denke wir haben noch nicht unser Oldtime High gesehen und das ist eben auch der Ziel von meinem Kanal mir geht es darum dass wir hier wirklich in diesem Bulbern alle zusammen massive Profite realisieren können und wie wir so schön im Englisch sagen Life-Changing Money verdienen das war es schon wieder mit dem heutigen Video wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte würde ich mich extrem freuen wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst so dass du immer eine Benachrichtigung erhältst wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich danke dir